Ich habe einen Ehrgeiz und einen Willen, der so mal absolut gar nicht zu brechen ist. Der Parasport hat mir ermöglicht, nochmal meine Leidenschaft zum Tennissport oder zum Sport allgemein auf irgendwie ein anderes Level zu heben. Am Wasser kann ich zur Ruhe kommen. Hier kann ich den stressigen Alltag hinter mir lassen und wirklich im Hier und Jetzt sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte 2011 einen Motorradunfall in komplette Querschnittslähmung. Es ist jetzt so, wie es ist und ich mache das Beste draus.